Hallo zusammen, willkommen beim Vortrag vom RFGuy. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Er ist im CCC schon lange aktiv und hat schon viele Vorträge gehalten auf Kongressen, auf Camps, auf Easterhack, GPN und ist auch Initiator von dem Open-Source-Projekt WOMO-LINN und aus dem Themengebiet LINN-Busse hören wir heute und auch im Zusammenhang mit Wohnmobilen, Karawans hören wir heute seinen Vortrag. Wer von ihm vielleicht bisher noch keinen Vortrag gehört hat, der hat vielleicht vom Camp 2015 das Radio-Batch, wo er mitentwickelt hat. Genau und dann Bühne frei für dich. Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung. Also mein Nickname ist RFGuy. Ich bin jetzt schon seit 15 Jahren im CCC aktiv. Wir haben auch schon das ein oder andere kaputt geforscht und irgendwelche Sicherheitstechnik kaputt gemacht. Heute geht es nochmal um das WOMO-LINN-Projekt. Also hier in dem ganz speziellen Fall um den sogenannten CI-Bus. CI-Bus ist eine Nomenklatur des Karawans-Industrieverbandes. Wer das Projekt verfolgt, wir haben ja schon diesen Truma-TIN-Bus zerlegt. Es gibt aufgrund dieses Reverse-Engineering, was wir gemacht haben, quasi jetzt auch einige Open-Source-Implementierungen, um eine Truma-Heizung womit zu steuern, weil Truma sich sehr verschlossen zeigt. Da werden wir ja im Vortrag auch kommen. Heute geht es primär um den CI-Bus. Da gibt es leider bis jetzt, außer ein bisschen Reverse-Engineering von mir, noch nicht viel, was es im Internet gibt. Das habe ich, dank auch an meine Community, wo mittlerweile über 400 Leute in unserer Gruppe sind, haben wir jetzt im Hintergrund dieses Protokoll genauer analysiert. Wir werden heute sehr detailliert in das Protokoll reingehen. Einfach, ich werde zu jedem Gerät, was wir schon gemacht haben, ein paar kurze Worte sagen, wie das implementiert wird. Und auch nochmal so ein paar letzte Worte dann zum Stand bringen. Das Ganze sitzt unter dem NDA und Kooperationsvereinbarung. Also man bekommt diese Informationen nur, wenn man Mitglied in diesem CVID wird. Es ist alles wirklich komplex. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die da offiziell für entwickeln. Jeder sagt, das ist von der Dokumentationslage alles ziemlich schwierig. Es ist ein Durcheinander. Jeder Hersteller macht was einiges. Wir sehen das gleich im Detail, wo wir quasi die Wingen haben. Und dann, auch ganz lustig, wenn man jetzt dieses CI-Bus-Protokoll, also CI-Bus nennt sich das offiziell als eingetragene Markenname, wenn man offiziell jetzt sagt, man möchte diese Drummerheizung, die nun mal leider in 95% der Immobilie verbaut ist, technisch funktioniert die auch gut, was man eigentlich machen muss, um das überhaupt offiziell zu steuern. Und deshalb können wir mehr einbringen. So, CI-Bus ist einfach ein Standard-Linbus aus dem Automotive-Bereich. Der ist die Linbus-Spec Lin 2.2a mit 19.200 baut. Er ist quasi ein One-Wire-Protokoll, was eine beliege Bus-Tropologie hat, was mit Batteriespannung arbeitet, also 12 Volt beim 12-Volt-Fahrzeug, 24 Volt beim LKW. Fakt ist, wir haben einen zentralen Master. Es gibt in so einem System wirklich nur einen Master. Deshalb haben wir auch nicht so ein Problem mit Collision. Und der Master in so einem Linbus steuert quasi auch alles. Er fragt bestimmte ID ab oder sendet Kommandos. Oder wenn man zum Beispiel eine bestimmte Frame mit einer bestimmten ID vom Gerät haben will, initiiert der Master auch das Protokoll, indem er diese ID anspricht. Und dann erst, dann darf der Slave quasi senden, wenn er explizit angesprochen worden ist. Es gibt in dieser Variante, die der CV-ID macht, keine eindeutigen IDs, dass zum Beispiel ein bestimmter Hersteller, ein bestimmtes Gerät, eine bestimmte ID hat, sondern das ist alles quasi dynamisch zugewiesen, beziehungsweise kommen wir später auch noch dazu. Es gibt auch Geräte, verschiedenste Hersteller, die trotzdem die gleichen IDs haben. Um überhaupt zu erfahren, was in meiner Topologie, wenn ich also eine Steuerung habe, die das automatisch macht, muss ich erstmal quasi alle bekannten IDs über einen sogenannten Diagnostic Revest Answer quasi erstmal abfragen und dann über die Supplier Function und Variant ID überhaupt erstmal zu checken, was für ein Gerät habe ich da. Also das ist nicht so wirklich informiert. Wichtig, wer sich da auch jetzt intensiv beschäftigt, würde ich empfehle da auch nochmal, sich dann wirklich in diese Sinnsspezifikation einzulesen. Die ist Gott sei Dank relativ gut verfügbar. Wen es später interessiert, der kann mich auch gerne anschreiben. Es gibt auch ein Buch von 2005, das ist eigentlich sehr gut, gibt es leider nur noch antiquarisch. Rechtlich gesehen ist das halt so, Spex nur zugänglich für die Mitglieder. Die Mitgliedschaft, wurde mir gesagt, kostet so 4.000 Euro im Jahr, ist jetzt auch nicht gerade günstig. Ziel ist ja, dass wir diese ganzen Sachen ins Open Source reinbringen, dass halt auch Leute das einfach benutzen können und Open Source normalerweise auch, wenn man in der Steuerungs- und Regelungstechnik ist, wenn man sowas automatisieren will, möchte man das als Open Source haben. Es gibt zum Beispiel auch keine Trennung, zum Beispiel zwischen den Geräten, die man steuern will, den Devices und der Steuerung, sondern da haben sich erst mal Rechtsanwälte zusammengesetzt, ja, was ist passiert, wenn jetzt irgendwas miteinander nicht kommuniziert, das muss rechtlich abgesichert sein, sondern statt mal die Techniker gesagt hat, wir müssen eine klare Trennung nehmen. Ich möchte mit einer Automatisierung nur steuern. Steuern heißt, ich gebe Sollwerte vor, die das Gerät eigenständig verarbeitet und ich tue Informationen abfragen. Ich möchte gar nicht in eine Regelung eingreifen, in eine Heizung, in eine Sicherheitsfunktion. Das muss so hardwaremäßig so gemacht sein, ist auch größtenteils so gemacht, dass ich zum Beispiel nur sinnvolle Werte vorgeben kann. Gebe ich Werte vor, die das Gerät nicht kennt, muss es dieses Frame einfach rechecken und sagen, so eine Fehlermeldung geben. Das ist außerhalb des Wertebereichs, das akzeptiere ich nicht. Ich möchte von extern her gar nicht eingreifen, sondern ich als Steuerung, auch was der User später tun will, er will einfach eine Sollwertvorgabe haben, wie die Heizung ist oder er will Informationen haben, wie viel Leistung seine Solaranlage bringt. Er will einen Wechselrichter ein- und ausschalten, aber möchte nicht in einen Regelprozess eingreifen. Struktur hier ist noch ein relativ altes Bild. Wie gesagt, man findet auch nicht dafür von, da ist auch so nett geschrieben, Heizungsmodul, Kühlschrankmodul. Es gibt bis heute weder ein Pumpmodul, noch ein Lichtmodul, noch ein Klimamodul. Es gibt ein paar Handvoll Geräte, die das implementiert haben, die man darüber steuern kann. Und das ist es auch. Also im Prinzip, man hat sich das als Heizbringer versprochen, aber wie bei jedem Protokoll, was man hinter einem NDA versteckt, setzt sich das halt nicht wirklich durch. Und ein ganz großer Nachteil am CIE ist, ich muss immer explizit Geräte dafür entwickeln. Ich muss also diese Spezifikationen, ich muss mir IDs machen lassen, ich muss das quasi veröffentlichen, statt einfach zu sagen, so wie wir es später im Open-Source-Projekt machen, dass wir einfach eine Vielzahl von Schnittstellen haben. Und wenn wir ein Protokoll vom Hersteller haben oder reverse-engineert haben, schreiben wir einen Treiber und wir können das bedienen. Und so viele Komponenten gibt es da auch gar nicht. Also wir haben hauptsächlich die Firma Troma. Die Ansteuerung von diesen Geräten ist sehr problematisch, wenn man das tun will. Da kommen wir später nochmal zu. Es gibt von der Firma Dometic, das ist auch eine relativ große Firma, die sich auch relativ viele Firmen zugekauft hat. Dann gibt es halt primär mehr als die Klimaanlagen. Es gibt Ladegeräte, Solarregler, alte Heizungen, auch von Troma gekauft worden. Die kann man aber auch einfach ansteuern. Die hat das alles an Bord. Votronic, auch sehr bekannt. Booster, Solarregler, Wechselrichter, Büttner, relativ baugleich, ist auch von Dometic mittlerweile gekauft worden. Es gibt da noch so diverse Komponenten wie Elektroblocks oder sowas. Aber man findet keine Informationen darüber. Man findet maximal auf der Homepage irgendwie von dem Hersteller, ja, wir machen jetzt auch was mit CI-Bus. Welche Geräte das sind, was man damit steuern kann, man findet nichts. Und man kann diese Geräte teilweise auch nicht kaufen. Im Caravan-Bereich gibt es viele Spezialversionen, das es von einem Elektroblock wieder herstellerspezifische Versionen gibt, die das halt können. Victron zum Beispiel, Mastervolt, sehr gute Geräte, die auch weit verbreitet sind, gerade Victron, die das Protokoll offenlegen. Selbst Mastervolt, so im größeren Luxusbereich, im Yachtbereich, die geben auch das Protokoll ihres Kanbos vor. Die unterstützen das gar nicht. Die sagen, wir haben ein Protokoll, das haben wir veröffentlicht, da kannst du steuern mit. Und das kann man zum Beispiel überhaupt nicht steuern. Das Erste, was wir in so einem Lin-Bus, also in so einem CI-Bus-System machen müssen, wir müssen erst mal schauen, welche Geräte habe ich denn überhaupt im System. Das nennt man sogar einen Klass 1 Lin-Diagnostic. Die Funktion heißt Read by Internet Fair und dann kriegen wir ein gesundenes Supplier-Eye, ein Device und eine Varianten-ID. Ich kann da noch weiteres, das ist dann teilweise wie der Hersteller-Vizierschiff, manche Hersteller implementieren es, manche nicht. Ich kann zum Beispiel eine Firmware-Version, einen Error-Code etc. auslesen. Das ist dann auch mal ganz sinnvoll, dass man zum Beispiel auch Fehlermeldungen verarbeiten kann. Und was wir auch machen können, wenn wir zum Beispiel Geräte haben, die eine genannte Default-NAD, das ist eine Notadresse, die nur fürs Diagnostik gibt. Also ich kann eine neue Adresse vergeben, die ist aber dann auch nur für die Diagnose. Das heißt, später kommen wir nochmal zu, wenn ich zwei gleiche Geräte habe, kann ich nicht in meinem Bus betreiben, weil die Geräte sich beeinflussen, weil die quasi unter derselben ID antworten würden. Hier als Beispiel ist die Firma Trummer. Wir werden heute sehr zahlenlastig werden, weil ich auch mal, dass man sich das später auch anschauen kann, wenn man das implementieren kann, dass wir für jeden Schritt was machen, was wir zum Prinzip machen. Wir setzen einen sogenannten Diagnostik-Request. Das in diesem Fall fängt ja immer mit der ID 3C an und dann kann ich mit der Notadresse PCIS-ID kann ich zum Beispiel dann die Supplier-ID vorgeben. Ich kann eine sogenannte Function-ID und kann dann mit diesem Befehl abfragen. Man sieht auch unten, ich kann zum Beispiel auch ein Produkt-Info, das ist jetzt ein Beispiel einer Trummer-Kombi. Ich kann eine Seriennummer abfragen, ich kann eine Firmware abfragen, indem ich den bei 3 sozusagen variiere. Das ist momentan in dem Git, wo wir es haben, noch nicht ganz dokumentiert. Es wird aber in den nächsten 1-2 Wochen auch dieser Teil komplett dokumentiert sein. Dann bekomme ich quasi unten Antwort. Dann sehe ich zum Beispiel meine Supplier-ID, eine Function-ID und die Varianten-ID. Und dann kommen wir zu dieser Leiter, ich hoffe, man kann es lesen. Das ist zum Beispiel das, was wir alles reverse-engineert haben. Das sind alle Geräte. Und man sieht zum Beispiel bei Trummer, gibt es allein 1, 2, 3 Varianten, und die sich dann hinten wieder unterscheiden, dass wir überhaupt erst mal erkennen können, welches Gerät mit welchem Hardware- und Softwarestand haben. Man muss ja nicht glauben, dass ich dann zum Beispiel an Trummer, dass die immer gleich angesteuert werden oder eine Klimaanlage, sondern wir haben teilweise wirklich, je nach Herstellungsjahr, dann wieder unterschiedliche Implementierungen der Frames. Das ist also wirklich, wir gehen da jetzt mal kurz durch, aber es ist wirklich, es macht schon Schmerzen. Also das ist ein Prinzip, was man machen muss. Man checkt quasi alles, was bekannt ist, ab. Man fragt jede Supplier-ID und Varianten-ID ab. Ist da ein Gerät vorhanden? Dann antwortet das Gerät, wenn es da ist, und ich kriege die Information, welchen Hardware- und Firmware-Stand ich da überhaupt habe und kann dann steuern. Auch Vorgehensweise, erst mal bekannte Hersteller abfragen. Oder, was ich natürlich auch machen kann, ich gebe explizit die Geräte vor. Ich weiß, was ich in einem Caravan, in meinem Caravan verbaut habe. und tue jetzt eine eigene Konfiguration schreiben. Wir werden versuchen, natürlich das alles zu automatisieren, dass wir das natürlich komplett autokonfigurierbar machen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sich selber das implementieren will und man will zum Beispiel seine Klimaanlage steuern, dann reicht es auch einfach nur wirklich, ich weiß, ich habe diese Klimaanlage verbaut mit dem Stand und dann muss ich auch wirklich nur die entsprechenden Steuern machen. Wir haben steuerbare Geräte, heiß im Klimakühlschrank. Die haben eine oder mehrere gesamte Control-Frames, wo ich zum Beispiel Sollwertvorgaben machen und alle Geräte, zum Beispiel den Solarregler, kann ich nicht steuern. Der gibt mir nur Informationen, der hat ein sogenanntes Info-Frame. Da kann ich zum Beispiel, wenn der bekannt ist, ich mache halt einen sogenannten Info-Request und der Solarregler gibt mir dann seine Daten, die er in diesem CI-Protokoll zur Verfügung stellt, vor. Und allein hier Firma Drummer hat x Varianten dieser Heizung. Es gibt tatsächlich eine 2 kW, die wurde zum Beispiel in England verkauft, die stellen sie eben nicht mehr her. Dann gibt es diese E-Varianten, die noch einen Elektroheizstab haben. Dann gibt es das als Diesel-Variante, auch immer wie gesagt schon. Und allein von den Klimaanlagen gibt es auch wieder, das ist Aventa Comfort, Kompakt, Kompakt Plus, Saphir und noch irgendeine Saphir RC, glaube ich. Allein gibt es irgendwie sechs verschiedene Klimaanlagen, die sich dann auch nochmal durch den Hardware-Stand unterscheiden. Generell muss man mal sagen, statt man auf generische Devices gesetzt hat, sagen kann, okay, ich habe eine Klimaanlage, die ist in diesem Bussystem, die hat ein generisches Kommandosetz, wo ich Temperatur, Betriebsmodus oder Ähnliches vorgebe, hat jeder Hersteller eine eigene Implementierung, die sich auch noch in ihren eigenen Geräten schon unterscheiden. Also ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Also wie gesagt, man hätte besser Techniker das entdecken lassen sollen und nicht Rechtsanwälte, die Kooperationen machen und man hat auch nie jemand gesagt, wir geben vor. Also wir wollen das ja später alles ins MQT bringen, wir werden auf der MQT-Ebene mit Sicherheit nicht mehr mit herstellerspezifischen Geräten arbeiten, das empfehle ich keinem. Ich habe eine Heizung oder eine Klimaanlage, die ein bestimmtes Feature-Set hat und ja, ich will warmes Wasser oder heizen oder ich will kühlen, aber mich interessiert doch, als Benutzer auch nicht mehr, wie die Klimaanlage heißt, was für ein Hersteller das ist, sondern ich muss einfach funktionieren. So, Truma hat das auch alles, also das ist teilweise wirklich wirrt, wie sie es gemacht haben. Also Truma zum Beispiel hat eine vorne in den ersten Byte quasi in 0,1 Grad pro Bit, dann muss ich da ein Offset von minus 273 Grad abziehen, dann kann ich da eine Temperatur vorgeben. Also komplizierter geht es auch nicht. Also wie gesagt, wir arbeiten im Temperaturbereich, also sagen wir mal von minus 20 bis plus 40 oder sagen wir mal bei warmem Wasser auch vielleicht noch bis 80 Grad. Es hätte völlig gereicht, dass man diese sinnvollen Werte definiert, weil alles andere macht keinen Sinn. Also eine Heizung werde ich garantiert nicht unter 10 Grad oder 5 Grad vielleicht einstellen, aber es macht doch keine 10 auf eine Heizung oder eine Klimaanlage auf Minustemperaturen, die fangen alle bei 16 Grad oder sowas an. Und eine Heizung kann ich vielleicht auf 10 Grad stellen, dass mir das Wasser nicht einfriert. Im hinteren Bereich kann ich dann sogenannten Betriebsmodus, das ist jetzt der Bereich warmem Wasser so einer Kombi-Heizung, die hat einen 10 Liter Boiler und ein Warmluftgebläse. Und oben ist das sogenannte Kontrollframe, das wie gesagt quasi das Kommando ist und unten, oben ist die ID 37 und unten kommt dann zurück, sozusagen kann ich die ID 38 anfangen. Dann kriege ich quasi, das sind Werte, die ich auch abfragen kann. Dann sieht man auch im hinteren Bereich, da kriege ich zum Beispiel auch diverse Werte, ob zum Beispiel der Fensterschalter offen ist, in welchem Betriebsmodus die Heizung ist, welches Power Limit eingestellt ist. Das ist sozusagen, das quasi ihre Werte zu machen muss. Das Gleiche haben sie dann nochmal für die Heizung gemacht. Es ist ja auch so, dass in dem Bereich die Temperatur nicht gleich definiert wird. Hier nimmt man nur die ersten 11 Bits, sozusagen, oder 12 Bits. Und die letzten drei Bits habe ich dann in den Betriebsmodus rein kodiert. Also selbst die Definition, wie ich das Warmwasser kommandiere, ist eine andere, wie ich sage, wie die Warmluft kommandiert. Das ist dasselbe Gerät. Das ist also auch lustig, warum man das so macht. Dann, auch da wieder kriege ich halt unten, sieht man, kann ich zum Beispiel, ist Diesel oder Gas vorhanden, es liegt zu 130 Volt an, liegt beides an, dann kriege ich zum Beispiel in dem Frame Byte 4, kriege ich die Werte zurück und oben im Byte 3 kommandiere ich die Werte. So, und das Ganze machen Sie dann auch für Klimaanlagen. Im Prinzip ist hier auch wieder diese sehr krude Temperaturgeschichte. Hier kann ich zum Beispiel den Fan-Mode vorgeben. Ich kann gucken, in welchem Modus das ist. Und zum Beispiel ist da zum Beispiel wichtig, welches Modell zum Hub. Zum Beispiel gibt es Klimaanlagen, die haben eine Wärmepumpe drin, die können zum Beispiel heizen. Es gibt aber auch Klimaanlagen, die können das nicht. Und unten ist wieder gesagt, das Information Frame, das kann ich dann auch abfragen. Da kriege ich dann zum Beispiel entsprechend auch wieder Werte zurück. Aber hier kriege ich zum Beispiel die Target Room Temperatur, die vorher im Byte 0 kodiert war, ist hier im Byte 1 kodiert und möglichst kompliziert. Und dann kriege ich hinten wieder an anderen Stellen sozusagen die Werte zurück und hinten kann ich dann auch einfach mit 1 bis 100 zum Beispiel, da ist eine Lampe drin in der Klimalager, da kann ich die halt steuern. Auch interessant ist die Firma Alde. Das ist eine sogenannte Warmwasserheizung in, sage ich mal, die hat einen Warmwasserkreis, ist das keine Warmluftheizung, ist eigentlich auch mittlerweile sehr beliebt, auch gerade im höheren Preissegment, da gibt es drei Modelle. Vorteil hier ist, der hat quasi direkten Anschluss, das Bedienteil, das kann ich einfach benutzen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mich in das Protokoll zwischen Heizung und Bedienteil, wie man das normalerweise, wie wir das bei Troma machen, sondern ich kann einfach sagen, ich kann es einfach benutzen. Alde ist von Troma gekauft worden, benutzt intern auch dasselbe Protokoll, aber man sieht, diese Heizung wird wieder komplett anders gesteuert. Man hat sich hier auch wieder, ich kann hier zum Beispiel einfach nur verschiedene Temperaturzonen oben im Kommandosframe vorgeben, das ist auch sehr lustig, dann habe ich auch wieder nur in den ersten Bits, die können hängen, dann kann ich unten wieder, ob ich zum Beispiel Strom oder Gas benutzen will, das habe ich dann noch irgendwie mit dran gehängt, die Bits, dann muss ich das binär wieder in einen Hex umwandeln und dann kann ich steuern. Und unten kriege ich dann sozusagen die Werte der Temperaturzonen, was die Sensoren messen, ich kann die Außentemperatur anzeigen lassen, ich kann Zone 1 oder 2 anzeigen lassen und hinten zum Beispiel auch, das haben wir auch mittlerweile herausgefunden, die Errorcodes, das ist nämlich ganz nett, ich kann mir dann sozusagen auch Fehlermeldungen quasi aus der Heizung zum Beispiel herausholen, dann sehe ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Problem habe oder was das Problem ist, wenn man so ein Heizungspanel hat, dann wird dann Fehler 525, weil Troma glaube ich, ist Gas-Ade oder sowas. Also das zeigt man auch nicht im Panel an, sondern da wird einfach eine Zahl angezeichnet, um eine Beschreibung rauszuchen. Dometic ist, wie vorher schon gesagt, so ein Konglamerat aus zusammengekauften Firmen, die haben Klimaanlagen auch wieder 5, 6 verschiedene Modelle, die sich dann auch wieder leicht in Teil unterscheiden, sie stellen diese Absorberkühlschränke her, Solarregler, Ladegeräte, Wechselrichter haben sie auch und die Klimaanlage, was man hier auch beachten muss, ID 08, ID 17 ist dasselbe ID wie Troma. Aber man sieht, es ist ein komplett anderes Kommandoset, wo man auch wieder gesagt hat, warum? Also warum definiere ich nicht eine Klimaanlage, es ist eine Klimaanlage, sondern wenn ich eine Klimaanlage der Firma Dometic habe, wird komplett anders gesteuert. Ich habe komplett andere Bedeutung der einzelnen Bytes. Ich kriege auch komplett andere Werte zurück. Also das sind wir wieder bei dem Punkt, ich muss erst mal schauen, was muss ich hier auf dem Gerät habe ich? Dasselbe hier so ein Kühlschrank, im Prinzip auch relativ simpel, ich kann halt den Betriebsmodus vorgeben, in welchem Modus bin ich, ich kann die Stufe vorgeben, die ich hier auch in Stufe nur 1 bis 5 mache, da ist elektronische Steuer drin, aber Temperaturen kann ich nicht einstellen. Ich kriege nur Zeit raus, zum Beispiel kann ich kommandieren und aber hier unten auch kriege ich dann später die Fehlercode, das wird demnächst auch fertig sein, da liefert jemand zu und dann kann ich zum Beispiel auch wirklich eine Fehlermeldung kriegen, was eigentlich auch das Interessante ist. Solarregler ist wieder so ein typisches Information Device, ich kann hier zum Beispiel in 2 Bit, Last Significance Bit, Most Significance Bit, dann kriege ich da zum Beispiel die Solarpanel Spannung mal 0,1 Ding raus, den Strom, die das Solarpanel meldet, in welchem Modus der Solarregler ist und kann mir dann auch so ungefähr gucken, habe ich ein Problem, in der Solaranlage, wie viel Energie kriege ich gerade, ist auch ganz nett, wenn man sich zum Beispiel überlegen will, wie viel Strom kann ich im Zeitraum verbrauchen, empfehlenswert ist ja meistens, dass man auch irgendwie einen Batteriesensor hat oder so einen Smart Shunt, wo man dann auch quasi die Energiemenge sozusagen in der Batterie messen kann. Wechselrichter ist ganz spannend, also ich kann hier diverseste Werte setzen, also ich habe hier Overvolt Protection Set, Recovery, ab wann es wieder resettet, Unterspannungsabschaltung, wann ist der Unterspannungsalarm, Overvolt Protection, die Baudrahte und dann kann ich hinten den entsprechenden Wert vorgeben und kann zum Beispiel relativ viele Grenzen in diesem Wechselrichter zuerst einstellen, aber welcher Batteriespannung soll er abschalten, wann soll er wieder einschalten, hinten im Ball zwei, ganz einfach, ein und aus, relativ simpel und unten im Information Frame sehe ich zum Beispiel die Eingangsspannung, wie ist meine Batteriespannung, wie viel belastet ist mein Wechselrichter und dann hier mit den Bits, wenn zum Beispiel eine Overvolt oder Undervolt Protection angesprochen ist, sehe ich da auch relativ, kriege ich rein und sagen, okay, da ist jetzt eine Eins zurückgekommen in den Bit, okay, da ist jetzt die und die, die sind diese Fehlermeldung angesprochen. Ladegerät, im Prinzip dasselbe, ich kann zum Beispiel auch die Ladespannung darüber kommandieren, die kann ich zum Beispiel am Gerät überhaupt nicht einstellen, aber hier kann ich sie auch tatsächlich, hier interessant, zwei Ladegeräte, die kann man tatsächlich umschalten, das ist das einzige Gerät, was ich bis jetzt kenne, wo man tatsächlich zwischen zwei ID-Ranges umschalten kann, das heißt, ich kann entweder es auf eins oder zwei laufen lassen und habe dann auch zwei verschiedene Kontroll- oder Information Frames, wo ich diese Werte zurückbekomme. Da sehe ich gerade noch einen Fehler, das ist doch nicht Solar Panel Voltage, das ist noch ein Fehler drin. Genau, und dann sehe ich auch unten, wie viel Ausgangsspannung, in welchem Modus das gerade ist, habe ich einen Fehler vorliegen. Z-Fort ist auch einer der zwei Amateur-Hersteller, die stellen halt auch Kühlschränke her, auch Kompressor-Kühlschränke, die haben auch diesen CI-Bus implementiert und auch diesen Kühlschrank kann ich mittlerweile komplett fernsteuern. Natürlich wieder selbe IDs wie der Dometic-Kühlschrank, aber hier mit 0B, 0C und auch hier wieder die entsprechenden Modus, bei dem zum Beispiel kann ich auch die Temperatur des Gefrierfachs separat einstellen und unten kriege ich auch entsprechend Fehlermeldungen zurück. Ich sehe zum Beispiel hier auch ganz interessant, welche Netzspannung liegt an, welche Disi-Spannung liegt an. Kann halt auch so viel, relativ viel Information sammeln zu meinem Fahrzeug, welche Information möchte ich haben. Vodronik ist ein recht bekannter Hersteller im Caravan-Bereich, ist eigentlich auch so neben Victron eigentlich ein Hersteller, den ich auch eigentlich relativ bedenkenlos empfehlen kann, stellen auch relativ viele gute Komponenten her, zwar nicht ganz so fest wie Victron, aber trotzdem ein solider, vernünftiger Hersteller, hat hier auch Solarregler, wieder so ein typisch Information-Device, ist selbe ID wie ein Dometic-Solarregler, also das heißt, ich kann nicht mal zwei verschiedene Hersteller einbauen, ich kann auch nicht zwei Solarregler parallel schalten, wenn ich nur einen Bus habe, weil sie können nur unter ID 20 antworten. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich zwei Geräte in einem Bus habe, die dieselbe ID haben, dann wird natürlich einer zuerst antworten und das ist eine der Punkte, ist eine Collision Detection in dem Linbus Transziver drin, aber das könnte Probleme geben und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum ich nicht eine dynamische ID-Zuweisung mache am Anfang, wo ich einfach sagen können, ich finde ein Gerät und dann tut der Master sozusagen sagen, du kriegst diese ID, sondern diese IDs sind hart reinkodiert. Das heißt, der Gerätehersteller kodiert diese IDs hart in seine Software rein. Also es wäre überhaupt kein Problem, Linbus sieht das vor, ich könnte dem jedem Gerät quasi mit dem Diagnostik-Quest-Answer am Anfang quasi jedem Gerät eine Individuelle ID zuweisen, sieht das nicht vor. Es ist hart reinkodiert. Das gleiche hier, Wechselrichter, im Prinzip das gleiche, ich kann ihn einen ausschalten, in den manuell oder Suchmodus stellen und kriege halt zurück Workload, Overworld Protection, Output zu High und hinten die entsprechende Statusmeldung, ob er an ist, ob er überlastet ist, in welchem Mode er ist und ob er im Standby-Modus ist. Die haben so einen Autosuchmodus, wo quasi nur eine Gleichspannung anliegt, sobald man ein Gerät einschaltet, geht er an. Oder Bypass heißt zum Beispiel, dass er von draußen eine Netzspannung anliegen hat, kann hier das auch wunderbar benutzen, zum Beispiel zu erkennen, ist der Landstromstecker eingesteckt, weil wenn sobald der Landstrom bekommt, also von 32 Volt von extern, geht unten dieses Bit rein und nicht, dass das dran ist. Autonik stellt einen Ladewandler her, der ist ein Fach, was man auch sagt, Booster. Moderne Fahrzeuge haben halt eine Euro-6-Norm, die Lichtmaschine regelt zurück. Danke. Und dann brauche ich einen Booster, der zuerst dafür sorgt, dass ich im Bereich der Aufbaubatterie immer eine konstante vernünftige Ladespannung habe. Und den kann man relativ gut einstellen und man kann auch hier diese Parameter, die man mit DIP-Schalter einstellt, eine Begrenzung, kann ich da auch aussuchen. Büttner ist im Prinzip komplett blaugleich mit Votronik, ist im Prinzip das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass die eine andere ID haben. Ansonsten ist das im Prinzip komplett gleich. Werden auch noch alle hergestellt. Das war jetzt mal so ein Schweinsgalopp durch diese bis jetzt reverse-ingenierten Protokolle. Jetzt kommen wir mal zum Anschluss. Nichts definiert. Wir haben halt, das da oben ist das alte Panel, da ist halt diese gelbe Buchse, die kann ich direkt benutzen. Daneben ist ein Kühlschrank, da gibt es halt einen Pin, den ich benutzen kann. Da steht CI drauf. Unten, das ist dieses Trommer-Panel und manchmal hängt auch einfach nur ein Draht, wo CI bloß raussteht. Fazit, es ist für viele Geräte, die es im Caravan bereichert, momentan die einzige Möglichkeit, die der Hersteller vorsieht. Marktübersicht ist schwierig, weil es gibt keine zentralen Nachwagen, es gibt keinen Einverstecker. Wie gesagt, Mehrfachgeräte, gleichen Typs unmöglich und teilweise sind das irgendwelche spezielle Hersteller-Versionen, die wir, wie gesagt, überhaupt nicht bekommen. Jetzt kommen wir noch mal zum Thema Troma, wie ich vorher gesagt habe. Troma, Spaß am Gerät. Tinbus ist schon in den vorherigen Vorträgen gesagt wird, ist auch LIN-2A, AMA 9600 baut. Es gibt eine Remote-Lösung für CP+. Das ist das ältere Bedienteil. Da können wir die Inetbox emulieren. Das ist die alte Troma-Fernsteuerlösung. Da gibt es jetzt mittlerweile diverse Pro-Source-Implementierungen. Das sind auch links auf unserer Homepage. Das neue Remote-X ist seit 3,5 Jahren auf dem Markt. Im Sommer soll die Fernsteuerlösung bekommen. Dann soll sie über Canbus gehen. Wenn man natürlich Reverse-Inginieren, dann kann man es benutzen. Und über CI braucht man ein spezielles CP-Plus-Bedienteil, was diese zwei Stecker hat. Und dann kommen wir zu den Schmerzen. Wie schaffe ich es offiziell, einen Troma-Fernsteuerlösung? Ich brauche die Mitgliedschaft im CVD. Ich brauche dieses spezielle, kaum erhältliche Bedienteil. Ich muss das implementieren mit allen Varianten. Dann muss ich das zu Troma schicken. Troma muss sagen, ja, das ist in Ordnung. Dann muss jeder Fahrzeugsteller, der meine Lösung einsetzt, das auch bei Troma zertifizieren lassen. Und Troma besteht zum Beispiel auf das Diental, wenn ich zum Beispiel eine störende Heizung habe, dass ich das Rezept drücken kann. Und was mir jetzt andere Leute gesagt haben, wie Caracontrol, sowas, Troma macht auch aktiv Stimmung für kommerzielle Hersteller, die sagen, ja, nee, das ist ja nicht so und erhältst dabei, fass euch, das dürft ihr nicht einbauen und sowas. Struktur sollte bekannt sein von vorigen Vorträgen, ansonsten fähre ich weiter. Das ist so diese typische Struktur, was die Nibus haben und das, die Inetbox, das ist ein Slave, das ist das, was wir emulieren. Also wir sagen einfach, wir sind eine Inetbox, hängen uns als Slave an diesen Master und dann haben wir quasi, gibt es von uns einen Controller, man kann auch einfach einen ESP nehmen mit einem, sag ich mal, Linbus Interface und dann kann man quasi so eine, ganz einfach die Troma ins MQTT bringen. Interessant, das hat wieder auch so ein Cepero GX, gibt es jetzt auch, ein schönes YouTube Video, hat das jemand auch gemacht mit unserem Interface, quasi auf der, auf der Victron Bedienungsfläche kann er die Heizung steuern. Einet X ist jetzt dieses moderne Panel, das ist irgendwie so ein resistives Touchdingen, die einzige Möglichkeit momentan ist, das Panel komplett zu emulieren. Canbus Protokoll, sobald es die Hardware von Troma gibt, werden wir das reverse ingenieren. CI Bus Stecker ist da, er ist nicht softwaremäßig aktiv, also selbst, zum Beispiel die Firma Hymer, die es offiziell einsetzt, die kannst du auch nicht benutzen. Also die nutzt auch noch das alte Panel und sie haben seit dreieinhalb Jahren keine Fernstelllösung, sie haben nicht mehr die alte Einetbox-Lösung implementiert, sie hätten einfach nur das Software-Protokoll drin lassen können, man hätte eine Lösung gehabt. Alles, was jetzt hier nochmal geschrieben ist, das ist alles in einem Spreadsheet, in einem Open-Dokument-Format, ist alle Werte nochmal drin, die liegt jetzt gerade auf unserem Git, das wird jetzt die nächsten Tage auch noch weiter bearbeitet, da könnt ihr auch nochmal reingucken, gerne Feedback geben, wenn ihr implementieren wollt, haben wir Interesse drauf, dran. Die letzten zwei, drei Minuten zeige ich jetzt nochmal kurz den Status, wo wir gerade mit dem Projekt stehen, wir wollen ja im Sommer das releasen, wir wollen dann auch ein Beta-Programm machen, wer Bock hat, darauf zu entwickeln, gebe ich mal ein kurzes Status-Update jetzt noch am Schluss. Wir haben ganz neu die Hardware-Definition vom Core nochmal geändert, es gibt sogar das T1S-Protokoll Single-Pair Ethernet, da wird es von mir auf der GPN mit der Talk angenommen, einen ganz dedizierten Vortrag geben über die modernen Automotive-Ethernet-Protokolle, da war ich auf dem Automotive-Ethernet-Kongress sehr interessant, wie werden die Software in Rust schreiben, wir haben so den ersten MQTT-Broker da schon am Laufen, der wird auf dem Core laufen, der wird aber auch auf den ESPs, auf den STMs laufen und wer Lust am Projekt mitzumachen, gerne Embedded ESP32STM in Rust programmiert, sprecht uns gerne an. Das sind immer übrigens. Hier ein kurzer Überblick um die Architektur wo wir momentan sind, wir haben halt diesen zentralen Core, der dann diesen Single-Pair Ethernet-Switch mit drin hat, der ein ESP32 mit LAN-Anbindung hat, wird ein LTE-M-Modem haben, wir werden WebSocket-Apps dazu schreiben und an diesem Core hängen halt diese ganzen Low-Engine-Stellen wie unser CI-Bus, ein TIN-Bus, wie die VE-Direkt vom Victron, CAN-Bus-Protokolle, das kann man alles dort eng schreiben, da wird es quasi, die melden sich dann auch am MQT-Broker als Slave an und im Endeffekt kann man es dann direkt quasi per WLAN steuern oder im Prinzip unsere Cloud-Anbindung. Das ist der Core, wie er momentan aussieht, der wird ein ESP32 mit 16 MB Flash und RAM und da läuft der MQT-Broker drauf, ein STM32H7 als weiteren zweiten Controller, der quasi diese ganzen Schnittstellen macht, weil der ESP viel zu wenige hat, das LTE-M-Modem, der Single-Pair-Ethernet-Switch, der wird 400 MB Schnittstellen haben und eine diese T1S-Schnittstelle, das ist ein ganzes Multidrop, da kann ich bis zu 25 Geräte über eine verdrillte Zweitradleitung dranhängen, das ist sozusagen der Automotive-CAN-Bus-Ersatz, sehr spannend auch für, sage ich mal, wenn man Geräte ins Ethernet bringen würde, ich werde da auf der GPR nochmal berichten drüber, ist auch wirklich nice, wenn man irgendwie einfach schnell Geräte reinbringen will, das ist wirklich eine spannende Geschichte und natürlich die diversen Hardware-Schnittstellen für den RS-485, UART, One-Wire-Protokoll für Temperatursensoren. Wo wir jetzt schon im Beta-Status sind, das ist gerade dieser Power-Block, das sind auch schon die ersten zwei Entwickler, die da gerade drauf sind, das ist so der erste Womel-Verteiler, der halt auch viele Funktionen, Trittstufenansteuerung, H-Brücken, Sicherungsverteiler, Batteriewächter-Relais und auch nochmal diverse Limbus-CAN-Bus-Schnittstellen mitbringt, dass man im Prinzip auch dort die Geräte anschließen kann, da gibt es schon Prototypen und am Schluss hängt das quasi alles sozusagen in unserem Netzwerk drin und SPEs sind für uns halt spannend, weil eine verdrillte Zweidradleitung, R45-Stecker in einem Fahrzeug sind nicht so wirklich spannend, weil die immer wieder Kontaktprobleme machen und das möchte man da eigentlich nicht verwenden und eine verdrillte Zweidradleitung verlegt sich auch leichter. Gut, ich bin eine relative Punktlandung. Wenn Fragen sind, ich bin der Hardware-Entwickler, ich habe das initiiert, wir haben den Benne noch dabei und unseren Martin noch dabei, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt uns einfach, jederzeit finden wir ansprechbar, wir haben eine aktive Gruppe, die ist momentan noch in Telegram, wir werden sie wahrscheinlich noch auf eine andere Plattform wechseln und Fragen sind gerne genommen. Super, vielen Dank, Afgai, es gibt schon die erste Frage, wir haben hier ein Mikro für die Aufzeichnung, das Mikro benutzen. Hopps. Ich habe es nicht verstanden. Das Mikro geht nicht, bitte nochmal checken, bitte. Test 1, 2, 3. Ja, jetzt besser. Also ich habe nur einen Hinweis, ich habe keine Frage, Minus-Sport 73 Grad ist 0 Kelvin, das ist nicht komplett absurd. Ja, aber es macht keinen Sinn, es so komplex zu schreiben. Naja, gut, okay. Das mit dem Kelvin ist klar, aber wir haben das auch irgendwann mal ausgerechnet, da wir das mitgeschnifft haben, aber es funktioniert, aber es muss in dem Punkt nicht sein. Wenn ich eine Heizung kann, kann ich von 5 bis 30 Grad kommandieren. Mehrwerte akzeptiert sie nicht. Also hätte ich das doch einfach da reinschreiben können. Aber danke für den Hinweis. Ja, ist exakt dieser Wert. Weitere Fragen? Gut, dann, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen mit diesen Tonnen an Protokollen. Für mich war es mal wichtig, dass man mal sieht, was da überhaupt gemacht wird. Das ist jetzt auch öffentlich quasi bekannt ist, was in diesem Protokoll quasi passiert, diese ganzen Wirren. Also wir haben da mit mehreren Leuten, es ist auch relativ spannend, das zu reverse-engineeren. Also wir haben da teilweise wirklich, man muss ja erstmal, sag ich mal, ein Pärchen finden, man muss einen Controller haben, der das Gerät überhaupt unterstützt und dann hängt man da am Linbus dran und dann muss man das erraten und was da passiert und das ist teilweise wirklich wird gewesen. Aber danke auch hier nochmal an meine Community, die mich da massiv darunter unterstützt hat, die es Bock gehabt darauf haben. Wir haben das jetzt wirklich bis jetzt erstmal im Hintergrund gemacht und haben es quasi heute veröffentlicht und ich hoffe, dass da jetzt auch wirklich was kommt. Und da ist noch eine weitere Frage. Wundert dich, dass das beim Lin es anders ist als beim Ken? Das Ken im Auto ist ja auch einfach wild durcheinandergewürgt, je nachdem nach Hersteller. Dementsprechend, warum sollten Sie es im Lin anders machen? Naja, der Linbus ist ja eine Erfindung, der ist eigentlich aus dem Türsteuergerät. Also man hat irgendwann gesagt, ich habe einfache Komponenten, wo ein Kanbus noch zu komplex ist, wo die Autobühlen nicht zu viel Geld sparen. Ich kann nachvollziehen, warum Sie im Caravan-Bereich benommen haben, weil ich muss einfach nur ein Draht mehr durchs Fahrzeug legen. Also ein Kanbus ist eine verdrillte Zweidrahtleitung, die einen Abschluss braucht. Und Caravan hat nichts mit Automotive zu tun. Vergesst alles von einem Wohnmobil oder sonst was, was für ein Automotive kennt, dass da irgendwelche Stecker drauf sind, dass das eigentlich jeder zusammenstecken kann. Sondern Wohnmobilbauer sind Schreiner, die ein Fahrzeug zusammenbauen, die da irgendwie noch eine Elektrik und Wasser einbauen. Also so sieht das auch aus. Ich bin durch bestimmt 20 verschiedene Hersteller und bestimmt in der letzten Zeit durch bestimmt 150, 200 Wohnmobil gekrabbelt. Jeder macht es anders und die Elektrik da drin spannend beschreibt es, glaube ich, korrekt. So, lass dazu. Also es ist bekannt, warum Sie es genommen haben, aber, ja, es ist... Kannst du ein Mikrofon nochmal nehmen, dass Sie im Stream das auch halten? Mir ging es jetzt darum, beim Kennen ist es schon, beim Automobilsektor wild durcheinander gestreut und man hat lange Tabellen, um diese Kennen-Teilnehmer und auch die Nachrichten zusammen zu sortieren. Deswegen wundert mich das nicht, dass Sie es beim Lin genau den gleichen Wurks wieder gemacht haben. Naja, aber man muss überlegen, ich habe einen Caravan-Industrieverband, der hat das Protokoll definiert. Er hätte eigentlich sagen müssen, Leute auf dieser Ebene arbeiten, wie mit einem generischen Device, was immer gleich ist und bitte auch mit IDs, dass ich quasi den Solaregler auf 1, 2, 3, 4 oder mit dynamischen IDs arbeite, dass ich jedem Gerät eine eigene ID zuweisen kann. Ein ID-Pärchen. Kommando, Information Frame ist eine logische Geschichte. Mache ich gerne, aber wieso kann ich keine zwei Solaregler in einem Fahrzeug einbauen? Also das ist doch... Ich muss dann mehrere von diesen Lin-Mastern aufsetzen, dass das funktioniert. Habe ich drei Solaregler, brauche ich drei. Also macht für mich keinen Sinn. Ja, Frage, nochmal auch Verknüpfung, anschließend Verknüpfung zum Automobilbereich. Im Automobilbereich gibt es jetzt ja Bestrebungen oder auch schon etablierte Varianten, Autosat zum Beispiel, um so ein Fahrzeug zu beschreiben, um verschiedene Netzwerke oder Busse zu beschreiben. Gibt es das in dem Bereich dann auch oder ist das dann auch komplett lose beschrieben? Also das jetzt in einer Präsentation, das in nicht so schlichten Tabellen gezeigt ist, gäbe jetzt hier durchaus Formate beim blinden LTF, glaube ich, das zu beschreiben. Ist das dann da alles nicht der Fall? Also, mir haben halt Leute berichtet, diese Dokumentation, jeder Hersteller schreibt die Dokumentation anders. Also im Prinzip entspricht das wirklich dem Mindstandard, aber die Definition, was du machst, ist halt anders. Also das ist, jeder Hersteller definiert es anders, jeder Hersteller überlegt es was anderes, obwohl es auf dieser Ebene gar nicht mehr nötig wäre. Generisch, sie weiß, das ist eine Klimaanlage oder eine Heizung, reicht doch völlig aus. Diese Hersteller spezifisch, die mache ich über Diagnostic Request und Answers, zum Beispiel einen Fehlercode auslesen, und so was. Dafür ist der Diagnost Request und Answers da. Aber für das Kommando und die Information würde ich es standardisieren. So melden wir es im QTT machen, also das Projekt, was wir machen. Wir melden im QTT mit generischen Devices, die sauber beschrieben ist, arbeiten. Und ich will es auch jedem empfehlen, der da irgendwas macht, macht es einfach generisch und nicht herstellerspezifisch. Arbeite mit dem Feature Set, was ich abfragen kann, das so in Deutschland generische Device, so alle Features, die man für den Normalbrauch drin hat. Und ich frage halt die Features ab und nutze halt nur die Features, die ich benutzen möchte. So sollte man es richtig machen. Gibt es weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine. Wann habt ihr denn begonnen mit diesem Reverse Engineering? Wie viel Zeit steckt da drin? Also angefangen, ich habe angefangen erst mit dem Truma, habe dann auch mit dem CI-Bus angefangen. Da stecken, glaube ich, mittlerweile drei, vier Jahre mittlerweile drin, wo wir angefangen haben. Es geht halt immer ein Stück weiter, du kriegst wieder ein Stück Hardware oder jemand sagt, ich kann hier noch mitprotokollieren, ich habe von jemandem eine komplette Hymersteuerung bekommen, wo man viel machen kann. Ich habe, also wir haben mittlerweile relativ viel Hardware auch und das muss man wirklich sagen, das klappt mittlerweile recht gut. Und Leute ergänzen was hier, ich habe diese Information, ich trage die nochmal in euer Spreadsheet ein, dann habt ihr das auch. Und das ist wirklich jetzt in etlichen Jahren zusammen und dieses CI-Bus haben wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehalten. Jetzt wollen wir erst mal verstehen, wie es funktioniert und haben es dann präsentiert. Und noch eine Frage von mir ist, machen das die Leute in der Community dann mit ihren eigenen Karawans oder habt ihr da die Möglichkeit, so Testgeräte irgendwo zu nutzen? Also viele sind das eigene Karawans, das ist halt entstanden, dass die Leute es automatisieren wollen. Das war ja auch meine ursprüngliche Idee, das Projekt hat sich ja immer wieder verändert, also am Anfang war das relativ einfach. Wo wir es auf der CMT, wo wir auch diesen Powerblock vorgestellt haben, es kommen jetzt Hersteller auf uns zu, die sagen wollen, die finden das toll, was ihr macht. Wir hatten auch, Truma hat uns schon kontaktiert, die wollten mit diesem Elektroblock von uns haben. Das sind wir aber noch und diskutieren, weil wir es steuern und wie sie es gerne, sie möchten es gerne mit ihrer Plattform ansteuern, aber schauen wir mal. Hersteller sagen, wenn ihr es releast, wir geben euch Geld, dass ihr unser Produkt dort implementiert. Wir wollen, dass das im offiziellen Release drin ist und bitte macht das, weil wir sagen, wir sind so desorientiert von dem, was auf dem Markt ist. Wir wollen, dass das sieht gut aus, wir wollen das. Cool. Und wer mitmachen will, gerne, kontaktiert uns. Wir suchen immer Leute, die Spaß haben und das soll auch nicht umsonst sein. Du bist ja auch noch ein paar Tage auf dem Event. Ich bin bis Montagabend da. Und kann dich jederzeit ansprechen. Ja. Alles klar. Gut. Dann vielen Dank. Und. Ja, Dankeschön. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020